Willkommen zu... Kleinen Moment... Ja, möchte ich. Samma! Das macht's aber auch spannend. Aber ihr könnt es vielleicht schon erkennen. Ich hoffe, das Opening wird nicht wieder geclaypt. Sonst seht ihr diesen Teil nämlich gar nicht. Aber ich muss jetzt schon ein bisschen reden. Omega Force... Was könnte das wohl sein? Pokémon! uma uf... ow Musik Gut und damit herzlich willkommen zu Kaizu Uso 3 Genau Das war Lore Ja, One Piece Pirate Warriors 3 mit dem lieben Zero Oh, schönen guten Tag Ihr merkt die Soundqualität ist wieder das Konferenzmikrofon Das bedeutet, der liebe Zero sitzt neben mir Hallo Folgendes, falls ihr das Opening eben nicht gesehen haben solltet Dann ist YouTube blöd Dann hat YouTube das geclaimt und das bedeutet, ich musste das leider rausschneiden Für alle, die das in der Zukunft sehen Da wo Autos fliegen können Ja, ich hoffe, Havacars sind unglaublich Ja, Havacars sind auch geil Die gibt's schon Echt? Ja, die ersten sind schon bereits in... Darüber möchte ich jetzt nicht reden Ähm, falls ihr das in der Zukunft seht, ignoriert das folgende Jetzt kommt nämlich erstmal eine Aussage Heute kommt den ganzen Tag One Piece Pirate Warriors 3 Haufenweise Ja Und ähm Ich würd sagen, wir stürzen uns erstmal rein Na klar Das ist ein Formlog Abenteuer in Amcantus Das hab ich bekommen, weil ich das Spiel vorbestellt hab Weil heute ist das Spiel released worden Ich würd aber sagen, wir machen den Legendenlog Ja, ist ja diese Story Ja Ja Ein kleines Wort muss ich noch verlieren Nach der Kasse Ja Denn Das ist das Also Ich bin von das war Diese Tür ist wichtig Die Tür Die Tür Ich bin die Die Tür wird Untertitelung. BR 2018 Ähm, ja, gut. Ja, hier seht ihr Epilog, äh, Prolog Episode 1. Das Abenteuer beginnt. Ähm, was ich sagen wollte. So, Leute, jetzt versuche ich's nochmal. Erstens Zero, ich kann den Ton auch nachträglich von dir rausschneiden, wenn du während den Cutscenes Geräusche machst. Shhh. Als nächstes. Shhh. Ähm, ihr habt... Wer den Anime nur im Deutschen gesehen hat und weder den Manga noch den Anime auf Japanisch liest, kann in diesem Let's Play gespoilert werden, sowohl von uns als auch vom Spiel. Und deshalb möchte ich, dass ihr entweder, falls ihr es vorhabt, noch zu gucken, erst guckt, bevor ihr das hier guckt. War für's ein Kerl? Ja, und, ähm, anderenfalls eben nicht. Oh, geil, dürfen wir gegen diese gewisse Piratin kämpfen? Booooo. Was ist das doch? Schwert ihr verhältst du gerade an. Ich weiß es mal. Was ist das denn? Ja. 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 Ja, ja. Ich glaube, dass wir jetzt gegen den Zorro kämpfen wollen, dass wir heute nicht morgen kämpfen wollen. Nein, wir kämpfen heute nicht morgen. Ich kann das etwas weitergehen, aber ich werde es nicht mehr machen. Wieso haben wir den Zorro gefangen? Weil die Menschen die Zeit zu helfen haben? Ja. Soll ich das, dass der hier die Stadt genutzt, ist dieser wer, wie ein Einwander als die Schöne von den Zorro? Die Zorro-Norra-Zorro-Sana hat sich entschieden. Das ist ein grosses Thema, aber wenn ich mich für einen Mann aufwachen kann, dann ist das hier ein Schicksal. Wenn man einen Monat aufwachen kann, dann wird es ein Verwachen. Ich habe es entschieden, Tobi. Ich werde ihn mit einem Zorro. Ich werde ihn mit einem Zohr. 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 Ja, und das hätten wir jetzt wohl tun dürfen. Zwei Sachen sind interessant. Raffi hat damals sein Hemd noch nicht offen getragen und Zorro hatte keine gelbe Jacke an. Ach, das kümmert auch keinen. So, äh, so. Was geht denn, Raffi? Was war denn? Sparamecia, beginn mit einer Reise. Ja, sonst können wir hier, glaube ich, nicht viel tun. Ich befürchte aber, was mir gerade so mal eingefallen ist, dass du vielleicht auch gespoilert werden könntest. All dieses Spiels. Das befürchte ich auch, aber selbst wenn, vielleicht auch. Okay, weil ich kenne alle schon. Obwohl, du hast dich aber nur gespoilert, du hast den Manga nicht gelesen. Nein, ich habe heute auf der Arbeit den Manga überflogen. Okay. Also eigentlich nur Raffi's Kampfthema kurz angeguckt. Ansonsten habe ich mich halt bis heute auf 10. Und Marinsalat tragen keine roten Hosen. Das stimmt. Das sind blaue Sachen. Ansonsten müssen die Schrift auf der Kappe auch rot sein. So. Das ist das typische Kampfsystem, das die Pirate Warriors Reihe hat. Die Vorgänger konnte ich ja leider nicht spielen, da ich keine Playstation habe. Denn ich spiele das Ganze hier in der Steam-Version. Ja, das ist nicht nur das Kampfsystem von Pirate Warriors, sondern von allen in Anführungszeichen Warrior Games. Also es gibt ja... Ja, es basiert ja auf Dragon Warriors, ne? Äh, Dynasty Warriors. Ja, wollte ich gerade sagen, Dynasty Warriors basiert das. Äh, die hatten das zuerst, dann, äh, World Peace Warriors, das ist halt Dynasty Warriors und World Peace, äh, Steel so gesehen. Und dann gibt es auch noch Hyrule Warriors, was ich glaube ich eher nicht so bekannt ist. Das ist auch, äh, so wie das da bloß in Zelda Spiel, äh, Steel. Ja, und, äh, warum kämpfe ich mich hier überhaupt durch? Es kommen doch eh immer mehr. Äh, hier. Da ist ne Torwache, die muss ich kaputt machen. Komm, wie geht das vor, sozusagen? So, ich weiß leider nicht, wie ich ein Spezialangewein setze. Ähm, ich denke mal, ich würde die noch erklärt, also muss man so von den Schulter rasten. Hab ich schon. Ich habe nichts gewunden. Und die Anlage für Y, X, A, B. Ja, die X ist, äh, Sprinten. Und das ist ja mit dem Match. Und das ist ja mit dem Kanzel. So eine ähnliche Jacke hat Zoro erst in Inis Lobby getragen. Ja. Aber das war auch nicht exakt die Veröffentlichung. Wo hat er denn diese Jacke her? Die, die er jetzt da anhat, die haben sich die Entwickler ausgetaucht. Die hat er nämlich noch nie angehabt, auch in keinem Film oder in Köder oder so. Ja, viele habe ich nicht alle gesehen, deswegen kann es sein. Die hat halt so eine ähnliche Inis Lobby, aber die sah auch anders aus. Die hat nie gespart, die sind da komplett gell. Und klein. Also klar haben sich wohl die inis Lobby da reingemacht. Ach, warum nicht? Wir kriegen ja noch weiter aus. Vielleicht liegt das auch dran, weil ich vorbestellt habe, dass das zu einem DLC gehört. Das kann sein, ja. Ich bräuchte, ne, in den Schätzen ist eh nichts besonderes drin, ne? Ja, Geld oder sowas wird da sicher drin sein. Ne, da sind immer so Upgrades für die in diesen Kisten. Ach so, ja. Dann soll sich nichts erwähnt, das würde ich sagen. Ähm, wo muss ich überhaupt hin? Ähm, ja, du läufst da recht nicht. Das ist ja immer mein größtes Problem. Ja, rechts, oben rechts ist ja die Karte und da wurde ich so halt schon. Der grüne Fall bist du. Sehr schön, ich hab ne Basis eingenommen. Aber in One Piece Games tragen die Strohhütte ja eher selten ihre Standardkleidung. Ja. Die haben meistens andere Sachen an. Meistens die Sachen von einem entsprechenden Special. Ja. 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 Ich freu mich schon mit Lawcock und Sabu. Das wird noch ne ganze Weile dauern. Ja. Und du kriegst dann Mr. Hanagi. Yay. Ist auch cool, Fanzi. Aber bis dahin habt ihr noch ein bisschen. Was? Da ist irgendwer erschienen und den muss ich jetzt vermöbeln. Ja, das ist ja meistens so. Einfach bloß Torwachen verprügeln. Ja. Und die Torwachen. Die Torwachen. Du störst ein bisschen, dass du rote Rosen anhaben. Ja, das stört wirklich. Weil der Oberteil ist weiß und die blaue Ströfte und diese roten Hosen, das passt eigentlich sowas vom Garten an. So. Torwachen Arsenal wurde geöffnet. Und er kriegt sogar was. Was ist denn das? Oh, da ist noch ein bisschen. Item oder Gegensache. Schatzdruhen. Ja. Gegenstände. Ja. Die Gegenstände können auch nützlich sein, um Sachen herzustellen. Ups. Ich find's ein bisschen schade, dass hier... Oh ja, nicht immer rote. Genau. Dass hier immer die Sachen, die Tastaturkontrollsteuerungs-Sachen eingeblendet sind. Ich aber das ganze mit Gamepad spiele. Ja, das ist ein bisschen doof. Aber schön find ich, dass hier in den Kisten zum Beispiel Schwert drin ist. Ja, das find ich auch glücklich. Weil bei den meisten ist es so, bei Hyrule Warriors sind es was so, die mussten, wenn du auch wenn du einen Gegenstand beschaffen musstest, die musstest nur den Gegner besiegen und dann hattest du den Job. Ich find's gut, dass man das da halt auch einsammeln muss. Und vor allem, dass auch in so Kisten drin ist halt wie gewöhnliche Gegenstände. Weil wer würde genau die Sachen, die du brauchst, offen rumstehen lassen? Warum ist hier jetzt plötzlich zu? Ähm... Weil du... Ich denke, du musst außen rum. Zeitlimit. Das ist Game Over, wenn ich's betracken. Und, äh, nach links. Was? Nach links? Du wirst es nach links bekommen. Ah ne, das Tor ist zu, okay. Entschuldigung, mein Fehler. Ja. War schon richtig. Nami so gehen? Ja. Geht sie da hin? Ja. Ich muss hier rumfahren. Ich muss hier rumfahren. Warte. Ja, die können sich ja jetzt Sachen haben. Sie war zu dem Zeitpunkt ja noch kein Teil der... Nein, war sie nicht. Sie kam auch noch eigentlich noch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da im Manga... Doch, äh, im Ami kam sie doch schon mal durch, oder? Auf, ähm, Alwidas Ship. Ja. Das leider ja jetzt übersprungen wurde, der Kampf. Finde ich schade. Was? Wurmen? Wurmen? Wurmen zum Boden, Leute. Wurmen zum Gegnern. Okay, cool. Heißt das, ich soll da wo das... Thomas da wo der so... äh, äh, dings... Netz-Kolzdinger... Keine Ahnung wie man das nennt. Ja, auf jeden Fall, den soll ich wahrscheinlich verprügeln. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber ich tue es. Ist ein Mariensoldat, du bist Pirat, also... Also, kommt genug, oder? Das wird schon irgendwo einen tieferen Sinn haben. Davon geh ich jetzt einfach mal aus. Sie stören halt. Weil deren Hose nicht zu deren Kappen passt. Genau. Das ist ein modisches Vergehen. Wir sind jetzt im Rückzug. Und hier ist noch ein Item, was ich mir einfach mal mitnehme. Was zu essen ist immer gut. Danke. Ich frag mich, ob man auch bei Hyrule Warriors könnte man ja Waffen herstellen. Mit den alten Schnauern sammeln. Ich frag mich, ob man da auch sowas ähnliches herstellen kann. Bin ich gespannt. So, Zorro, du kriegst erstmal dann... Ja, ich hab mir sein Schwert wohl gegeben. Ja, ich hab mir sein Schwert wohl gegeben. Ja, ich hab mir sein Schwert wohl gegeben. Also, der Countdown ist weg. Ich glaub, Omen-Symbol ist auch generell dieser Feind über den Köpfen. Den musst du, glaub ich... Auf jeden Fall soll ich sie wohl anziehen. Genau. Aber da war auch irgendwas auf der Karte. Aber ich halt jetzt mal wieder die Klappe.